Fett-Stoffwechsel-Training. Auf dem Großtrainer, Laufen gehen, Krafttraining, Schwimmen, Tennis, Fußball, was immer. Ein gewisser Anteil an Fett wird bei jedem Training verbrannt. Wie viel prozentual Fett verbrannt wird von der Gesamtenergie, die wir während einem Training verbrauchen, dafür ist der Puls zuständig. In welchem Pulsbereich ich bin. Umso höher der Puls ist, umso schwieriger wird es, Fett zu verbrennen, weil der Körper natürlich ultraschall Energie braucht. Die kann er über die Fette nicht bereitstellen. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Denn in der Regel wird, wenn es ums Fettstoffwechsel-Training geht, immer, immer wieder der Sport herangezogen werden zu sagen, ab sofort fange ich an, mich wieder mehr zu bewegen und dann werden die Pfunde nur so purzeln. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, deinem Performance-Coach. Ja, und das ist natürlich was, was sich viele wünschen, was aber so in der Regel nicht stattfindet. Denn die meisten sind irgendwann enttäuscht, wenn du ins Fitnessstudio gehst und die Leute fragst, wie zufrieden bist du? Und du fragst, soll die regelmäßig gehen? Dann sagen, ja, ist alles okay, aber naja, hier und da ist doch noch ein Pfündchen zu viel. Ja, aber bitte, die gehen doch schon zwei-, dreimal, manche sogar viermal in der Woche ins Fitnessstudio. Warum sind die noch nicht zufrieden mit ihrem Körperfettwert? Bei Frauen ist es toll, einen Körperfettwert zwischen 22 und 25 Prozent zu haben, bei Männern zwischen 12 und 15 Prozent. Leider, selbst bei den Fitnessstudio-Besuchen ist es nicht so. Die meisten Männer sind da über 15 Prozent, die meisten Frauen über 28 Prozent. Obwohl sie doch regelmäßig ins Fitnessstudio gehen. Was läuft denn da schief? So, und jetzt sind wir beim eigentlichen Thema. Und ich würde das Thema folgendermaßen nennen. Fettstoffwechsel-Training in der Küche. Erstes Beispiel, um sich das einfach auch mal vor Augen zu führen. Es wäre wünschenswert, dass alle Menschen, die zumindest in den westlichen Ländern leben, die keine körperliche Belastung mehr haben, die meistens im Büro arbeiten, viel im Auto sitzen und somit keine körperliche Belastung mehr haben, dass diese, ich würde sagen, so dreimal 60 Minuten in der Woche eine Kombination aus Kraft, Ausdauer und Mobilitätssport machen. Das wäre wünschenswert. Also dreimal pro Woche. Eine Stunde 60 Minuten. Das sind 180 Minuten. Und im Verhältnis dazu steht jetzt das Essen, wenn es um die Kalorien geht. Und da haben wir in der Regel die meisten essen zwischen zwei und drei Mal am Tag, zwischen 14 und 21 Mahlzeiten pro Woche. Jetzt haben wir einmal die drei, das sind die, der Wunsch der Sporthäufigkeit im Verhältnis zum Essen bis zu 21 Mal. Manche essen sogar bis zu 30 Mal, weil die Zwischenmahlzeiten werden ja nicht reingerechnet. Und jetzt überlegen wir uns, okay, drei gegen durchschnittlich 21. Wow, die Potenz liegt ja eindeutig in der Zahl schon bei 21. Yes. Und genau wollen wir hin. Denn, passt auf, folgende Rechnung. Ihr trainiert jetzt tatsächlich wünschenswert drei Mal in der Woche, 60 Minuten. Wir brauchen jetzt einen Mittelwert. Der Mittelwert der Gesamtkalorien, die da verbraucht werden, liegen ungefähr, je nach Sportart, gehen wir mal davon aus, von großzügiger Weise von 500 Kalorien, okay? Das ist schon großzügig. Es gibt auch Frauen, die nicht viel Muskelmaße mitbringen, die einen relativ soften Sport machen. Die verbrauchen halt auch nur mal 350 Kalorien in einer Stunde. Wir gehen jetzt einfach mal von 500 aus. Okay. Jetzt haben wir in der Woche dreimal 500 Kalorien. Das sind 1500 Kalorien, die wir in Form von zusätzlicher Aktivität verbraucht haben. Okay, 1500. Von diesen 1500 sind im Durchschnitt circa, lass es mal, 20% fett sein. Es gibt Menschen, die verbrauchen während dem Training, weil der Puls zu hoch ist, nur 6, 7, 8, 9, 10%. Die anderen haben einen guten Mittelpuls, die sind dann eher bei 25, 30, 35% im Mittelwert, so ungefähr 20%. Das heißt, von diesen 1500 Kalorien, die wir durch die zusätzliche Aktivität verbraucht haben, sind 20% fett. 10% sind 150 Kalorien. 20% sind 300 Kalorien. Jetzt passt auf. Wir haben hier 300 Fettkalorien, die verbraucht wurden, durch die Aktivität. Im Verhältnis dazu steht hier, ein Kilo Körperfett, was mit 7000 Kalorien zu Buche schlägt. Okay, lass uns mal rechnen. 300 Fettkalorien in der Woche. Und ein Kilo Körperfett hat 7000 Fettkalorien. Boah, das sind ja, mach du lieber Himmel. Das sind ja unendlich viele Wochen, was ich brauche, um ein Kilo Körperfett zu verlieren. Wenn wir es jetzt mal durchrechnen. 300 Kalorien durch 7000? 20 Wochen, über 20 Wochen. Näh. Ach, du lieber Himmel. Das dauert ja ewig. Das ist ja eine Ewigkeit. Bis ich überhaupt mal mein Körperfett loshabe, da habe ich keine Lust drauf. Das mache ich nicht. Nö, da höre ich nach drei Wochen wieder auf, gucke auf die Waage, denke, da passiert ja gar nichts. Das lasse ich wieder sein. Genau, darum geht es. Genau darum geht es. Denn wer die Küche nicht mit in sein Vorhaben reinnimmt, Körperfett zu reduzieren, der wird auch keinen Erfolg haben. Das ist immer das Gleiche. Okay, ich bekomme einen neuen Zugang für Coaches und die haben davor natürlich alle schon ausprobiert, schon mehrmals ausprobiert und sagen, Andreas, du bist meine letzte Recht, meine letzte Hoffnung. Ich habe schon so viel probiert, es hat nicht funktioniert. Ja, und da gehen wir mal in die Detailbesprechung und dann frage ich natürlich nach, gucke mir das Ernährungsprotokoll an, über drei Tage geführt. Und dann wirst du ja, okay, da wird es auch schwierig, bei dem Ernährungsverhalten wird es schon mal schwierig. Und dann Sport? Wie viele Mal? Okay. Dreimal Sport machst du schon tatsächlich. Ja, ich bin schon fleißig. Dann gehe ich nochmal in ein Ernährungsprotokoll und sage, ich streiche dir jetzt mal mit Rot alles an, was du nicht tatsächlich brauchst zum Überleben. Und vor allem, ich streiche dir auch mal das an, was ständig dein Blutzuckerspiegel anhebt. Und ja, dann stell mal fest, wir nehmen mal ein Blatt in der Hand und gucken es an und sehen, oh, da sind aber ganz schön viele rote Punkte drauf. Erstmal viele rote Punkte, weil das Essen nicht zum Vorhaben passt, das, was gegessen wird. Zusätzlich haben wir dann auch nochmal ganz viel Essen mit dabei, wo letztendlich den Blutzuckerspiegel nach oben schießen lässt, was dafür sorgt, dass die Fettverordnung in den Keller runtergeht. Dann haben wir nach dem Überschießen im Blutzuckerspiegel, haben wir einen tiefen Blutzuckerspiegel, wo auch nichts geht, ein Fettverordnung, wo der Körper im Notzustand ist. Jo, und dann denken wir, shit, die Küche war leider nicht mit dem Start. Denn den größten Erfolg feiern wir immer in der Küche. So, jetzt stellst du auch gerade fest. Stimmt, das gleiche Problem habe ich auch. Ich trainiere schon regelmäßig, mache schon zwei, dreimal in der Woche Sport, aber es passiert gar nichts. Ich komme verdammt nochmal nicht in den Bereich, wo ich hin möchte. Ich komme nicht in mein Wohlfühlgewicht. Der Bauch ist immer noch da, der Po ist immer noch zu dick, die Oberschenkel sind immer noch zu dick. Ich bekomme dieses unschöne Körperfett nicht los. Das stellst du jetzt gerade fest. Da kannst du hergehen, in den Shownotes unten findest du andreas-drienbacher.com. Da kannst du reingehen und kannst deinen ersten unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren. Dann hast du in Kürze das Vergnügen, entweder mit mir oder einem meiner Mitarbeiter, dein Erstgespräch zu führen, um auszufinden, welchen Bedarf hast du und wie können wir strategisch am glücksten vorgehen, sodass du Erfolg hast. Ja, das kannst du jetzt tun. Direkt deinen Wunschtermin vereinbaren. Ansonsten kann ich ganz klar sagen, diejenigen, die das Thema Küche nicht ernst nehmen, die sagen, ich mache alles in Bewegung, die werden dauerhaft keinen Erfolg haben. Außer eine Ausnahmeregelung gibt es. Wenn du in der Woche siebenmal drei Stunden bis vier Stunden hochintensiven Sport machen kannst, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, zumindest bei einem Teil der Menschen, dass das Essen zweitrangig ausfällt. Aber nur bei einem Teil. Bei allen anderen, bitte. Wenn ihr vorhabt, euer Gewicht zu reduzieren, wenn ihr vorhabt, ins Gesundheitsmanagement einzubezahlen, über die Ernährung, über weniger Körperfett, dann habt bitte den Fokus ganz klar auf der Küche. Ihr habt, wenn ihr zwei Mahlzeiten habt im Tag, 14 Mal die Möglichkeit, die richtigen Kalorien in der richtigen Form zuzuführen, auch im richtigen zeitlichen Abstand. Das gleiche gilt auch bei drei Mahlzeiten. Ihr habt insgesamt der Woche 21 Mal die Chance, die richtigen Kalorien in der richtigen Menge, in der richtigen Form zuzuführen. Überlegt einmal, welches Potenzial ihr dadurch habt. Und ihr werdet dann erstes Mal mit der richtigen Strategie euer Körperfett verlieren. Der Bauch wird weg sein, so wie all meinen Coachees. Die kommen nach acht Wochen, nach zehn, nach zwölf Wochen zur ersten Verlaufskontrolle zum Feedback oder machen ein Online-Feedback und der Bauchumfang ist um zehn Zentimeter, 15 Zentimeter geschrumpft. Das Körpergewicht ist um fünf, sieben, zehn bis zu zwölf Kilo gesunken, je nachdem, was für eine Ausgangsbasis die hatten. Ist das nicht toll? Ist das nicht phänomenal? Nö. Es ist weder toll noch phänomenal. Es ist normal. Natürlich ist es toll und phänomenal, aber es ist normal. Denn mit der richtigen Strategie, mit der Küche als Freund, kannst du nur gewinnen. Denn du kannst dein Fettstoffwechseltraining zusätzlich in der Küche absolvieren. Abhängig davon ist, wie sind die Zeitabstände der einzelnen Mahlzeiten, wie viel Energie führe ich tatsächlich zu, bin ich tatsächlich in einem echten Kaloriendefizit, bin ich zu weit im Kaloriendefizit, auch ein wichtiger Faktor. Wie sieht die Makronährstoffzusammensetzung aus? Wie viel Prozent Kohlenhydrate führe ich zu? Welche Art von Kohlenhydrate? Wie viel Protein führe ich zu? Wie viel Fette führe ich zu? Welche Art von Fette? All die Faktoren tragen dazu bei, dass du Erfolg hast. Wenn du jetzt aber denkst, wow, das ist aber eine ganz schöne Aufgabe, da eine Lösung zu finden, dann hast du da völlig recht. Das sollst ja auch nicht du machen. Du verdienst ja in deinem Job deine Kohle. Und alle, die bei Google googeln, finden raus, nochmal, jetzt habe ich die gleiche Frage eingeben, aber es sind fünf verschiedene Antworten von fünf verschiedenen Coaches. Was mache ich jetzt wirklich? Ja, jetzt brauchst du jemanden, der für dich filtert. Das kannst du nicht du machen, wenn du die Erfahrung nicht mitbringst. Da brauchst du jemanden. Du brauchst jemanden an einer Seite, der dich unterstützt. Oder diejenigen, die einfach sagen, ich lege dann mal los. Bei 95 Prozent von allen scheitert es. Warum? Weil Dinge getan werden, die nicht funktionieren. Und wenn sie nicht funktionieren, was sind wir dann? Wir erreichen unser Ziel nicht. Wir stellen auf die Waage und denken, jetzt mache ich das vier Wochen. Und in vier Wochen habe ich gerade mal ein Kilo abgenommen. Habe ich keine Lust mehr, lasse ich es sein. Oder die ersten vier Wochen funktionieren jetzt wunderbar. Ich habe drei Kilo abgenommen, super. In der sechsten Woche. Verdammt nochmal, es passiert nichts mehr. Also mache ich noch mehr Sport. Was passiert? Es passiert nichts. Trotz massivem Einsatz geht es nicht weiter. Trotz allem, wo wir denken, dass wir es richtig machen, passiert nichts. Was passiert? Du bist demotiviert. Du schmeichst die Flinien ins Korn. Du fällst wieder zurück ins alte Verhaltensmuster. Das Körper fährt jetzt wieder da. Du machst das Ganze drei bis vier Mal innerhalb von zwei, drei Jahren und du bist überzeugt, dass es bei dir nicht funktioniert. Du lässt es sein. Es tritt der Scheißegal-Effekt auf. Ist jetzt eh wurscht. Und du nimmst zu, nimmst zu, nimmst zu. Du wirst immer schwerer, immer gemütlicher, immer schwerfälliger. Und so bist du im Teufelskreis drin. Immer schwerfälliger. Du hast gar keinen Bock mehr, dich zu bewegen. Du traust dich auch gar nicht mehr ins Fitnessstudio. Du willst da gar keinen Sport machen, weil es sich ungut anfühlt. Teufelskreis. Und du weißt, hast du nur eins vergessen. Die Potenz in deiner Küche. Du hast die Chance verpasst, das weltbeste Fettstoffwechseltraining zu absolvieren. Das ist deine Küche. Mich fragen Leute auch immer, Andreas, aber wie machst du, du gehst auf die 60 zu und du siehst immer noch so aus. Du hast immer noch ein Sixpack. Wie geht das? Du musst doch den ganzen Tag trainieren. No. Vier Mal bis maximal fünf Mal 16 Minuten pro Woche. Mehr nicht. Aber, jetzt kommt das Aber, oder und, noch viel besser ist nicht das Aber, sondern und, ich bin 21 Mal in der Küche und trainiere meinen Fettstoffwechsel 21 Mal in der Küche. Zusätzlich trainiere ich meinen Fettstoffwechsel, indem ich jede Nacht 7,5 Stunden schlafe. Bis zu acht Stunden in einer guten Schlafqualität. Zusätzlich habe ich ein recht gut funktionierendes Stressmanagement. Einmal die Bewegung, zusätzlich Outdoor-Einheiten, Spaziergänge und zusätzlich Meditation. So, auch das spielt da wieder rein. In allen Bereichen den Fettstoffwechsel optimiert. Aber kein Parameter ist so effektiv wie das Fettstoffwechsel in der Küche. So, jetzt ist meine Hoffnung ganz groß, dass ich dich schon angezündet habe und du sagst, ja, 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 lieber Andreas, du hast so recht, den Fehler habe ich über Jahre hinweg gemacht. Ich habe immer den Fokus auf die Bewegung gelegt. Und wenn ich mit der Ernährung was gemacht habe, dann war es halbherzig. Und wenn ich was gemacht habe mit der Ernährung, dann hat es nicht funktioniert, weil einfach ich nicht das nötige Wissen hatte, wie gehe ich damit um. Jetzt ist an der Zeit, was zu tun. Also bitte armenandreas-trienbacher.com, reingehen, deinen Wunschtermin eintragen, dann hast du in Kürze ganz klar deine Strategie und du hast ja auch die Garantie, dass du Erfolg haben würdest. Und wenn wir Erfolg haben, was ist dann? Wenn wir Erfolg haben, sind wir super motiviert. Wenn wir motiviert sind, sind wir erfolgreich. So einfach kann es sein. Der Kreis schließt sich. So, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, vor allem verdammt viel Gesundheit und einen sensationellen Einstieg ins Gesundheitsmanagement. Danke dir.